Ah, Lebensmittel und medizinische Güter. Na dann. Super. Das ist so das, was ich gerade so tun kann. Weil bei mir ist halt mit Geld nicht wirklich hin und mit Medi... Versucht mal mit Mindestlohn irgendwas zu wuppen. Ich könnte ja sagen, ich verkaufe irgendeine Konsolen, aber das traue ich mich nicht. Ich brauche die noch. Oh, das war's. Das war's für heute. Mir ist heute übrigens wieder aufgefallen, wie unvorsichtig die Menschen plötzlich werden. Mal heute einkaufen? Im, äh, Kaufland bei uns? Und irgendwie, ich weiß nicht. Hey Laguna, spielst du täglich dieses Patrouillenspielchen? Was meinst du mit Spielchen? Wolltest du nicht mal ein weltberühmter Journalist werden? Du kennst bestimmt die Timper Maniacs. Ich habe den Chefredakteur gesprochen. Sie würden jederzeit einen Reporter einstellen, der um die Welt reist. Das ist großartig. Wir sollten mal hingehen. Ja, ja klar. Äh, wo war ich? Was war ich? Ach ja, war einkaufen und, ähm, man soll ja momentan trotzdem wegen Laguna, äh, keine, am besten keine Backwaren oder dergleichen antatschen, ja? Was machen die Leute? Patschen mit ihren Griffelfingern, mit ihren Fixgriffeln, da setzen die, die Backwaren an. Ich noch denke, Leute, nehmt euch doch wenigstens mit dem verfickten Handschuh. Ich meine, ich kriege uns zwar momentan echt beschissen auseinander, aber ich greife wenigstens mit dem Handschuh rein. Ich kann das, ich kann das absolut nicht verstehen, wie die Leute momentan so unvorsichtig wieder werden. Corona ist doch vorbei, ah ja? Davon habe ich noch nichts gehört. Ich weiß, dass einige Amerikaner behaupten, dass Corona vorbei wäre. Uh, halbe Gegner. Weil wir so viel messen. Ich bin immer noch bei meiner These. Also, dass die Krankheiten steigen? Naja. Ach, nach Katastrophen steigen die Geburtenraten. Du willst wohl Reine beschützen. Laguna, du hast dich verändert. Da, Monster! Da, Wasser! Da, Wasser! Da, Wasser! Bum, 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 bum. Ist jetzt kein Witz. Nach Erdbeben, Überschwemmungen, Tsunamis, Tornados, whatever. Danach schießen die Geburtenraten durch die Decke. Kai? Was ist? Die Frauen sprechen gerade. Wir sollten sie nicht stören. Hey. Mein Instinkt sagt mir, dass wir zuhören sollen. Rainer, willst du nicht Onkel Laguna heiraten? So ein Typ? Der hat rumgewinselt, als er hergebracht wurde und ich durfte ihn pflegen. Obwohl er Journalist werden will, benutzt er unanständige Wörter. Über ernste Themen will er gar nicht sprechen. Außerdem schnarscht er und redet im Schlaf. Aber ich mag Onkel Laguna über alles. Rainer, Rainer? Onkel Laguna und ich, wir wollen zusammenbleiben. Aber ich denke, dass er noch viel herumreißen möchte. Er ist nicht der Typ, der in so einem Dorf vergammelt. Es gibt halt solche Menschen. Irgendwie regt mich das auf. Magst du ihn nicht? Ich denke genauso wie Eleone. Hoch? Äh, hoch? Willkommen daheim! Puh. Wir sind gerade eben zurück. Ich möchte jetzt Bericht erstatten. Es waren Wabbelwabbels und die Summsums. Insgesamt haben wir 22 Viecher besiegt. Gute Arbeit. Ich werde mal das Essen aufsetzen. Ich rufe euch dann. Wartet so lange im Zimmer. Ihr scheint müde zu sein. Ruht euch erst mal aus. Die Kleine ist cute. Du bist natürlich viel cuter, Skippy. Es gibt nichts, was süßer ist als du. Also vielleicht eine Lia. Aber auch nur, wenn man genug Honig über sie tropft. Mikra! Ausruhen. So, jetzt ist Pause angesagt. Was ist los? Ab und zu denke ich an etwas Furchtbares. Wenn ich aufwache, bin ich ganz woanders. Und Eleone ist nicht mehr da. Und Rainer auch nicht? Warum denke ich an sowas? Was ist mit mir los? Hoffentlich bin ich noch hier, wenn ich aufwache. Lieber Gott, lass mich auf diesem Bett aufwachen. Du hast dich wirklich verändert, Laguna. Wo bin ich? Wo bin ich? Hallo, Xel. Warst du wieder drüben? Ew. Wie geht's, Laguna? Keine Ahnung, hab ihn nicht getroffen. Es ist ja nicht so, dass ich alles über Ward weiß. Lagunas Trupp hat doch in Sentra schwer was auf den Deckel bekommen. Danach hat Ward angefangen, in so einer Art Gefängnis zu arbeiten. Ward langweilt sich zu Tode. Er träumt täglich davon, wieder mit Laguna in den Kampf zu ziehen. Was ist das eigentlich für ein Phänomen? Frag mich was anderes. Ja? Ja? Du hast gesagt, Ward würde in einem Gefängnis arbeiten. Jo, genau. Dieser Ward ist doch ein Galbadianer, oder? Ja, und er ist Soldat. Gefängnis bedeutet Ausbruch. Wenn, dann wollen wir's bunt haben. Was wohl mit Skipper ist? Ob er auch hierher gebracht wurde? Äh. Achso. Lass mich hier raus! Ich verstehe von all dem nichts. Aber wenn du nach drüben gehst, bist du doch Ward, oder Xel? Dieses Mal ja. Kennst du dich, äh, kannst du dich an diesen Raum erinnern? Woher sollte ich denn... Hey, hey! Das ist doch... Klar kann ich, kann ich! Hör zu! In diesem Gefängnis hat Ward gearbeitet. Er war beim Reinigungsdienst. Da waren viele ähnlich große Räume. 100 pro! In Galbadia gibt's ein Gefängnis, wo politische Gefangene inhaftiert werden. Ich glaube, dass Ward hier gearbeitet hat. Und wir sind bestimmt auch in diesem Gefängnis. Ein versuchtes Attentat auf die Hexe. Logisch, dass wir im Gefängnis gelandet sind. Wir haben uns dem Präsidenten widersetzt. Wir werden hingerichtet. Diesen Präsidenten gibt's nicht mehr. Galbadia wird also von einer Hexe regiert. Und was wird nun aus uns? Bestimmt nichts Gutes! Im Ernst, was wird nun? Außerdem, wo ist dieser verdammte Irrwein? Skipper, wo bist du? Die Hexe hat ihn doch nicht etwa... Wo bin ich? Ich hab gegen Idea gekämpft. Wurde ich verwundet? Wo ist die Wunde? Wir wurden umzingelt. Galbadianische Soldaten. Genau. Cypher hat gegrinst. Hat auf mich heruntergeschaut. Sch. Cypher! retrahiert. 's Die Wochen in die Hand heruntergestell. Zipp dich aus, Gibi. Zipp die Etage. Was? Wie? Was war das für ein Krach? Ein unsympathischer Typ. Euer Freund wird gerade gefordert und macht Krach. Wie? Was soll das heißen? Schnauze! Mach kein Radau. Du scheinst wohl deine Lage nicht zu begreifen. Ob du mich verstanden hast, frage ich. Aufhören! Ich hätte es fast vergessen. Sag bloß nicht, dass du Devi bist. Devi bin ich. Hm, so, so. Komm hier rüber, Schätzchen. Was hast du mit Devi vor, du Arsch? Aufhören, verdammt! Hört auf, ich komme ja mit! Devi! Es ist okay. Gehen wir. Wie armseligst, Skipper. Diese Bewegung. Führ den ab! Du kannst dir denken, was nun passiert. Was willst du wissen? Was sind die Seeds? Idea will es wissen. Seeds sind... Seed ist der Codename, äh, für die Söldner des Bellam Gardens. Die Seeds sind Kampfspezialisten. Das müsstest du doch wissen. Ich bin kein Seed? Da gibt es doch ein Geheimnis, dass man nur richtigen Seeds erzählt, oder? Leider nein. Auch wenn das so wäre, glaubst du, ich erzähl's dir. Du stehst auf meiner Liste für... Liste der Standhaften. Ich erwarte nicht, dass du gleich anfängst zu reden. Wärtsch eine Ehre. Deswegen gibt's das hier. Auch wenn du nicht redest. Wir haben ja noch deine Freunde. Die Lehrerin, der Kurier, der Hasenfuß. Ich wette, der Hasenfuß hält das keine drei Sekunden aus. Die anderen sind auch hier? Klar sind sie hier. Aber ich mag dich am liebsten. Deswegen bist du als Erster dran. Ich hab dich vermisst, Skipper. Wie war mein Auftritt? Ich bin jetzt ein Hexenritter. Davon hab ich geträumt, seit ich klein war. Hexenritter? Dein romantischer Traum? Seifer, du bist hier nur... Der Folterknecht. Wie war das? Du bist doch nicht schon irgendein Ohnmächtig? In dieser Szene musst du eigentlich deine Wut auf mich loslassen. Der Hexenritter, der gegen die Bösen, den Bösen-Söldner kämpft. Wir werden viel Spaß haben, Skipper. Enttäusch mich nicht. Klar, Skipper, enttäusch uns nicht. Wenn du reden willst, sagst du ins Mikro. Und wieder. Aua. Hat keinen Zweck. Hier scheint es ein Kraftfeld zu geben, das die Zauberwirkung vermindert. Aber immerhin etwas wirken tut's ja. Scheinbar. Gegebenenfalls. Was war das für ein Krach? Schon wieder, du. Ich werde ihm helfen. Hey da, hör sofort damit auf. Genau. Aufhören. 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 Das werdet ihr noch bereuen. Die sind wirklich gemein. Es wird alles gut. Es hilft zwar nur ein bisschen, aber... Vita! So, Skipper. Nochmal von vorne. Was sind Siets? Warum widersetzen sie sich der Hexe? Wie sieht's? Widersetzen sich der Hexe? Siffa, Sir. Die Raketen sind abschussbereit. Verstanden. Der Ballant Garten wird zerstört, weil er Siets ausbildet, die sich der Hexe widersetzen. Schwachsinn. Ich war mal Schüler dort. Ein bisschen schade, finde ich das schon. Aber Idea hat es eben beschlossen. Eben Pech. Hör auf. Wenn der Garten zerstört ist, beginn die Seed-Jagd. Ich bin Ideas Hetzhund. Ich werde euch jagen. Du freust dich doch, Skipper. Stört mir nicht so schnell. Mach weiter. Willst du jetzt reden? Ich verstehe die Frage nicht. Witze reißen, was? Idea hat gesagt, dass ihr darüber Bescheid wisst. Rede endlich. Die Wahrheit über die Seeds. Die Wahrheit über die Seeds. Seed ist die seltene Einheit des Ballant Garten. Oder etwa nicht? Na, was ist? Hm? Ich weiß von nichts. Wie lange soll das noch gehen? Ich kann nicht mehr. Scheiß auf mein Leben. Ach, ich lüge ihn einfach an. Hm? Wie war das? Blumen. Was? Die wahre Mission der Seeds ist es, Blumenkerne zu säen. Wir verwandeln die Welt in ein Blumenbeet. Schwachsinn. Das ist die Wahrheit. Am Anblick von Blumen verliert der Mensch den Kampfwillen. Wozu soll das gut sein? Ich sag bloß, die Seeds sollen Frieden stiften. Hahaha. Ein Witzbold, was? Damit kommst du nicht durch. Wenn ein Land den Kampfwillen verliert, können wir ungehindert einmarschieren. Was? Hey! Pass auf ihn auf! Was machen wir jetzt? Was machen wir? Bleiben wir? Bestimmt werden die uns foltern. Wir können hier nicht bleiben. Sel, wir brauchen einen Fluchtplan. Hat jemand eine Idee? Wir können ihm das Fell abziehen und uns damit verkleiden. War doch nur Spaß! Hat sich aber nicht so angehört. Hier können wir keinen Zauber anwenden. Wir brauchen also Waffen. Wir müssen sie uns irgendwie zurückholen. Waffen. Meine Waffen sind die Fäuste. Vielleicht geht es auch ohne Waffen. Ist wohl mein Auftritt. Ich werde gehen und unsere Waffen wieder beschaffen. Ach ja! Sel weiß ja durch Ward, wo es hier entlang geht. In Wirklichkeit habe ich keinen Schimmer. Wurz hat ja nur den Boden hier geputzt. Jo, ich werde das Kind schon schaukeln. Legt euch beide auf den Boden. Sel? Wow, echt cool. Wachen! Hey, Wachen! Hilfe, kommt schnell! Was ist los? Die Mädels sind von einer Giftschlange gebissen worden. Nicht möglich. Dann gehe ich mal. Hm? Du willst mitkommen? Na gut, aber fall mir nicht auf die Nerven. Okay, hier kommt man nicht rein. Hä? Scheiße, hat mich die Katze gerade erschrocken. Alter. Okay, ähm... Wir müssen mal... Tauschi, tauschi, Mange. Ich glaube, ich muss nach oben. Ich bin mir aber gerade nicht so sicher. Ja! Ich wollte schon wieder runtergehen. Also... Ich Nein, ich will nicht da runter, Junge. Sieh mal, das sind Siedswaffen. Eine Gunblade? Da sind auch andere. Eine Peitsche, ein Nunchaku. Du, ein Ausbruch! Sie gehören uns. Da, Schau dir, ha? Der kleine Begleiter hat sich echt viel von Xel angewöhnt. Sorry für die Verspätung. Unsere Waffen, Xel? Jo, wie versprochen. Super! Yeah, jetzt schlagen wir zurück. Okay. Okay. Brrrr. 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 so Selfie Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Er scheint ziemlich feige, aber das ist eben Pech Ähm, die scheinen Waffen zu haben Was? Na, los, Witsch! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020